Das ist wahrscheinlich der most underrated All-You-Can-Eat-Brunch in Berlin für einen unschlagbaren Preis. Warum das so ist, zeige ich euch heute. Let's go! Ich bin in Friedrichshain, denn hier gibt es ein Café, das ich gefühlt noch gar nicht auf Social Media gesehen habe. Und das, obwohl es hier einen der besten All-You-Can-Eat-Brunchs in Berlin überhaupt gibt. Das Buffet ist wirklich riesig. Es gibt super viele vegetarische und vegane Angebote, aber auch Classics wie zum Beispiel Königsberger Klopse, Gewüselasagne und Bollo. Aber das eigentlich Besondere ist, dass ihr hier im Brunch-Preis auf à la carte Eierspeisen bestellen könnt. Zum Beispiel diese mega krass leckeren Ex-Benedict mit Räucherlack. Oder dieses Omelett hier. Oh mein Gott, beides war so krass lecker, Leute. 10 von 10 einfach. Außerdem könnt ihr euch einen extra Teller vegane Wurst und Käse bestellen. Alles im Preis inkludiert. Mein Highlight aber war diese Dessertstation mit einem Schokoladenbruch, der einfach Ruby-Chocolate hatte. Und in die könnt ihr dann Marshmallows, Kuchenstücke oder auch kleine Waffelstücke eintauchen. Eine absolute Köstlichkeit. Und alles bekommt ihr einfach für 21,90 Euro. Ich wünsche mir das Video, denn alle weiteren Infos findet ihr in der Caption.